So Leute, hier bin ich wieder, euer Let's Player und wir spielen auf meiner Let's Player Welt weiter. So, ich bin hier bei den ganzen Schafen. Sorry Jungs, wenn ich hier irgendwie weiter gemacht habe. Oha, was leck ich denn? Mann, ich lecke schon wieder. Ey, Junge, hallo. So. So, ich hoffe es leckt nicht allzu hat, wenn ihr das dann daheim anschaut auf eurem PC, auf eurem Super-PC. Meiner leckt zu sein ein bisschen, ich weiß auch nicht. Ähm, ja, ich habe zahlreiche Fraps-Folgen aufgenommen und habe hier schon weitergebaut mit Wasserturm auf meinem Haus und habe hier schon ein bisschen umgestaltet. Und dann ist mir der PC gleich fünfmal abgekratzt, die Scheiße, verdammt. Und ich hoffe ihr habt nicht allzu viel verpasst. Ich habe schon wieder ein neues Design, so wie ihr mich kennt. Das Design kann man übrigens ändern auf www.minecraftskins.com oder .net. Ich weiß nicht, ich stelle den Link dann in die Beschreibung. Und, ähm, die andere Höhle gibt nichts mehr her, drum mache ich, äh, mach ich, mach ich, äh, so, bin ich auf der Suche nach einer neuen Höhle. Ich hoffe, die gibt da mehr her und wir können dann auch den Monsterspawner finden, den wir schon so lange suchen. Ja, was heißt schon so lange, seit ungefähr, ähm, ja, drei Minecraft-Folgen, aber ich hoffe, wir finden trotzdem bald eines. Wäre es ja schön, es wäre sehr lustig. Ob, geh weg. Du gehst auch weg. Ich weiß nicht, ob wir jetzt gleich einen finden werden in der Höhle, das kann ein bisschen länger dauern. Ich glaube, ich habe nur auf Peaceful, äh, ich habe nur auf Peaceful. Da kann uns ja nichts passieren, außer bei der, 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 blü, 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 blü. Oh, habe ich einen Knochen, ich glaube, die Wölfe kann man irgendwie mit Knochen oder so, ähnlichen Dingsbums da, ähm, oder so ähnlich Dingsbums, oder so ähnlich, so ähnlich, whatfuck, whatfuck. Ah, die greifen, die greifen sich dann so'n Rudel an, glaube ich hier zumindest, so wie das ausschaut, ähm, und, ähm, 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 m, 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 ... ... hier sind aber viele Schafe kann ich doch gleich mal alle hier zerlegen Lol ein braunes Schaf Reel Bros sag ich dann nur, nice hab ich noch nie gesehen braunes Schaf Jetzt, meer Hier sind Kakteen, die sammle ich aber nicht ein weil da muss ich so weit laufen wo bin ich denn gerade stehen geblieben ich weiß es nicht mehr aber da vorne glaube ich habe ich irgendwo eine Hülle gesehen was da oben da oben ist glaube ich keine Hülle ich kann er greift ihn hier um da gucke ich jetzt mal rauf vielleicht ist doch irgendwie ein Eingang kann das sein man weiß nie habe ich genug Kohle dabei und Fackeln ich weiß nicht keine Ahnung hey hier geht schon gar weiter lol hier geht schon gar weiter so viel zu hier geht schon mal weiter hier geht es nicht weiter ähm ja dann wandern wir wieder zu der Höhle da vorne hin da wo wir gerade waren da die da ist dann müsst ihr mal so und so ein Plugin installieren da wo man sich porten kann es gibt es glaube ich auch äh auch nicht auf auch auf 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 und ähm ähm mir inspektieren nee äh geht's unten durch und man kommt hier wieder raus oh wow ich hatte mal so riesig Luck Jungens ähm so viel hey mit Läusen hier baue ich mir ein Haus hier baue ich mir ein Haus hier baue ich mir ohne Witz ein Haus das kann ich euch versprechen ey sowas sieht doch einfach mal geil aus ey ohne Witz hier hast du oh ich freue mich schon lass mich hier durch muss mir hier jetzt ein Haus bauen ohne Witz ah komm schnell so ich baue mir hier in der Ecke mein Haus das ist mal so richtig nice ey Geilo ich freue mich schon so aber uns glaube ich gehen dann die Vorräte aus kann es sein nein das Stein genügt mir nicht nein ähm wir müssen dann wohl aus der Wolle hier weitermachen ne Kohle nicht da sieht jetzt ein bisschen so aus wie eine Toilette hier wo noch die ganze drin liegt und vielleicht kann ich auch hier meine Toilette gleich herpflanzen weiß noch nicht weiß noch nicht weiß noch nicht weiß noch nicht Jungs ey 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 das lol ist das nice Jungs ey geil man so etwas habe ich noch nie gesehen ey ohne Witz nicht eh mal so richtig nice muss nur wieder aaa muss noch wieder zu meinem Haus zurück finden Scheiße Mann wo steht mein Haus verdammt okay ich denke mein Haus steht dann daer irgendwo egal ich bau jetzt mal hier weiter hier geht es nirgends hin ey, das wäre auch noch, wenn das eine Hülle wäre hier das wäre mal so richtig nice kann es dann so runtergehen in den Haus wow, es ist nice es ist nice geil mein Haus baue ich mir hier hin ja, so, das Grundgerüst haben wir schon mal hä? ein Holz brauchen wir noch mal da kann ich ja die Tür machen für eine Crafting Bank so, die haben wir gleich mal hier hin wir bräuchten jetzt natürlich noch Holz geht's da eine Hülle runter, bitte, bitte, bitte geht's da eine Hülle runter das wäre so nice, ey, das wäre so nice ohne das wäre so richtig nice, ey fuck, aber ich befürchte, wie man da wieder hochkommt, ey ja, das sieht aus wie eine Hülle das sieht aus wie eine Hülle ich glaube, das sieht nicht nur so aus es ist auch keine bitte geht's da jetzt weiter immer der, immer dem Wasser nach es, es sieht alles schlecht aus sehr schlecht ey, ne, fuck man ey, schau, das wäre echt zu geil gewesen, aber naja hier geht's auch nirgends lang ey, lass mich doch jetzt mal vorankommen hier, bitte Leute ja, ey jajaja, ey, was ist mit dem Wasserfall, das müsste ich nochmal es wäre nochmal ähm, Diskussionsbegab ja, hallo, wird das heute nochmal ah So, meine Pick-Ex. So, hier komme ich hierhin. Und hierhin. Und hierhin. Und hierhin. Und hierhin. Und hierhin. Ja, ich kann mir... Scheiße, ich kann mir kein Bett bauen. Lass mich raus, lass mich raus. Ich brauche Holz. Ich brauche unbedingt Holz. Ich brauche unbedingt Holz. Ah. Ja, bevor es jetzt dunkel wurde, konnte ich mir doch noch ein Bett bauen, zum Glück. Hm, du bist nicht, du spielst, du? Ja, ich bin... Ja, mal der Olni und du... Warte doch mal kurz, Mann. Und du... Kaltbruchmachschalten. Bist du euch nicht? Ja. Ach, so, das war jetzt meine Mutter, die ihr gestört hat. Aber naja. Macht ja nix. Ich rufe euch, macht es zumindest nix. Bisschen peinlich, aber macht ja nix. Verdammt. Und das ärgert mich jetzt natürlich schon hier, dass wir so ein schönes Let's Play gewesen. Aber es lade ich jetzt trotzdem hoch, bevor mein PC doch nochmal sich's anders überlegt und dann doch abkratzt oder vielleicht leckt sie eh und muss neu hochladen und die ganze Kacke. Dann schlafe ich hier mal schön ein und beende das mal, weil ich... Meine Mutter hat mir jetzt eine Aufgabe gegeben, die muss hier erledigen. Bevor sie im nächsten Let's Play gleich nochmal stört, mache ich das jetzt mal. Und, aber das Eis bau ich noch schnell ab. Eis, 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 Eis. Wenn hier ein Eisprogramm ist, dann schaut es doch noch in der Höhle aus. Drum gehe ich jetzt mal hier weiter. Diesmal stehen doch alle Zeichen für uns. Es hört sich zumindest so an. Die ist auch einiges größer. Du musst dich erst mal hier sagen. Oh, Heiland. Ah, verd... Äh, wieso wird's hier nicht, Höll? Ich will mal sagen, Fail, oder? Ja, ich beende hier mal kurz und dann machen wir gleich weiter.